Hallo Jörg, Landtagsabgeordneter der AfD in Thüringen hier. Wie stehst du zu einer Neuwahl hier in Thüringen? Bist du auch der Meinung, dass das notwendig ist? Neuwahlen sind in Thüringen auf jeden Fall notwendig. Wenn man sieht, wie sich die politische Landschaft jetzt entwickelt hat und was vor allem die Landesregierung tut für die Bevölkerung, ist es dringend geboten, hier Neuwahlen durchzuführen. Aber ich denke, man scheut sich, wenn man die Umfragen sieht, diese Neuwahlen auch durchzuführen, weil sich dann wahrscheinlich die politischen Verhältnisse hier im Land stark verändern würden. Ich denke, es ist ein Haare vor dem Fotos-Amoschlandssing. Die Neuwahlen ihr da Neuwahlen 산. Ich denke, es ist ein Haare vor Ort, wenn man im Land auf die Luft bestämte hat. Ich denke mal, das ist das Thema- und das ist das Thema- und das ist das Ziel. denn hier ist es ein Haare vor Ort. Ich denke, es wird eine Haare vor Ort, Ich denke, es wird ein Haare vor Ort. Es wird ein Naun. Und es wird ein Haare vor Ort. Untertitelung des ZDF, 2020